ich habe von budapest mehrere rabbiner videos senden also die senden mir immer mehrere videos und ein rabbiner hat gefragt warum gott das zulässt dass halt diese leute immer reich wären die halt die gesetze brechen und gar nicht an gott glauben und warum sterben immer die leute die gerecht waren und der weiß es nicht und darüber will ich jetzt reden warum das so ist dass halt immer die satanisten an der macht sind immer die bösen leute werden reich und die armen die beten und gerecht sind die bleiben immer arm und werden sterben früher oder jungen jahren und ich will jetzt das video direkt so drehen dass ich halt mein gesicht nicht zeige und mich nicht hinsetze vor der kamera weil ich habe über sagen wir mal schon zehn jahre drehe ich jetzt videos und die heiden verstehen halt da irgendwie mein wort weil die schauen nur immer an was ich anhabe und was ich trage was ich vor klamotten oder wie meine haare sind und ja dass die die dieses unwissen nicht auf meine wörter zu hören nur mich anzuschauen was ich vor haare habe oder wie ich mich schminke oder nicht schminke oder was ich für schuhe oder klamotten habe das stört gott weil deswegen verstehen die kein einziges wort und die brauchen auch was ganz andere anderes für ihren niveau die sollen andere frauen anschauen aber nicht mich die gottes wort predigt deswegen tue ich das jetzt nur so drehen dass sie nur gottes wort hören und ich hoffe dass sie das dann vielleicht besser verstehen also jonathan mediary jonathan hat gefragt warum es den bösen leute immer gut geht und die gottesfürchtigen bleiben immer arm darauf will ich antworten also man muss von ganz anfang an alles verstehen aber in mehrere propheten bücher steht das geschrieben mehrere propheten haben immer gott gefragt warum tust du die armen leute nicht gerecht urteilen warum muss der gerechte immer leid tragen also mehrere propheten und religiöse leute haben gott dasselbe gefragt warum ist das so und gott hat mehren propheten geantwortet ganz kurz wer schon diese frage fragt und das bemerkt dass satan immer die denjenigen macht gibt und reichtum die halt nicht gott dient wer schon das bemerkt und danach fragt wird gott ein buch schreiben an deren andenken die danach gefragt haben und das bemerkt haben das steht in der bibel aber ich will das erklären warum gott das zulässt ich fange von ganz von anfang an von adam bis über ägypten bis zu new world oder also adam war erschaffen von gottes ebenbild das heißt er hat die menschen das erste menschenpaar auf sein ebenbild was man auch wie spiegelbild übersetzen kann erschaffen dass sie genauso aussehen wie gott das heißt dass gott kein ziegenbock ist kein bochomet kein moloch kein hörner hat keine schlange und so gott sieht genauso aus wie die menschen weil er die menschen nach sein ebenbild spiegelbild erschaffen hat und der erste menschenpaar war erschaffen und hat gott ihnen beigebracht dinge weil äußerlich waren sie perfekt wie gott äußerlich das äußerliche war genauso wie gott aber weil sie gerade mal erschaffen wurden sind waren sie wie ein neugeborenes kind und denen muss man ja vieles beibringen bis sie genauso innerlich genauso werden wie gott und da hat versucht gott adam zu belehren viele dinge gezeigt dass sind die tiere gibt den namen nach den geschlechtern nach und erhöhte sie und und alles er hat da so erklärt sein schaffen und dann versucht hat adam versucht und das menschenpaar versucht zu unterrichten hat gesagt ich gibt jetzt gesetze die musst du halten meine gesetze sind gerecht die musste immer halten egal was passiert und wer gegen meine gesetze lästert der ist das böse folge nie dem bösen sonst musst du sterben und hat er gesagt du kannst überall alles essen nur einen einzigen baum darfst du jetzt nicht anrühren das war das erste gesetz er wollte das menschenpaar halt gesetze beibringen und hat er sich versteckt gott gott selbst hat sich versteckt und hat den satan dahin gesendet um das menschenpaar zu testen und da hat er sich so versteckt die schlange hin gesendet und hat gesagt ist nur ruhig du wirst dafür klüger besser und dir geht es dann besser wenn du da von dem baum ist und da hat die schlange halt alles gesagt dass das halt gegen gottes wille ist und hat gelogen und da haben die dann gegessen weil die konnten sie aushalten die konnten immer ein gesetz einhalten haben die lüge geglaubt und da ging es dann nicht besser weil gott kam sofort und hat gesagt ich habe euch gesehen ich habe euch getestet ihr habt mein gesetz gebrochen und die strafe ist dass ihr älter werdet jetzt ab sofort ihr werdet älter und dann müsst ihr sterben das ist die strafe aber wenn ihr unter diese strafe bis ihr stirbt meine gesetze einhält da werdet ihr wieder mit mir in eden eden in paradies leben das heißt er hat gesagt die strafe ist dass sie jetzt älter werden und sterben dass sie nur eine bestimmte zeit auf erden dann haben und dass sie dann mit harten harte arbeit ihr essen anbauen müssen nicht so wie in eden dass sie überall gegessen hatten ohne 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 dass sie das anbauen müssen sie müssen ihr essen anbauen weil sie die hätten genug essen gehabt in eden nur einen einzigen baum dürften sinne anfassen und das konnten sie auch nicht aushalten und deswegen war die strafe ihr müsst jetzt eure essen selbst anbauen und die frau muss kinder gebären mit sehr viel schmerz und dann sie erziehen dass sie halt gute leute sind und die frau wird das selbst erfahren wie schwer das ist gute kinder zu erziehen weil gott versuchte ja seine kinder auch zu erziehen adam und eva und sie haben nie gehorcht also diesen schmerz wird die frau selbst fühlen und das ist eine strafe dass dann halt weil sie gesündigt haben sie sterben müssen aber da hat gott klipp und klar gesagt wenn ihr unter dieser strafe bis ihr stirbt alle meine gebote hält und den satan nie folgt nie dann werdet ihr wieder auferstehen und mit mir ewig in eden wieder leben da hat gott schon gesagt es gibt eine auferstehung das ist ja nur eine strafe weil du gegen mein gesetz gesündigt hast dass du jetzt sterben wirst nach einer bestimmten zeit max 100 jahre und wenn du dann meine gesetze in diese strafe zeit bis du sterbst einhältst und nie den satan folgst da wirst du wieder auferstehen und mit mir in eden wieder leben für immer also gott hat es gleich anfang an gesagt dass es eine auferstehung gibt weil das ist nur eine strafe und gott hat gesagt ich werde mich wie jetzt vor wie sagt man verstecken werde schlangen auf euch senden aber ich werde euch beobachten ob ihr meine gesetze hält ob ob ihr an mir festhält oder wieder die schlange folgt und wer die schlange folgt wird nicht auferstehen nur wer an gott sich festhält so und bis zum letzten tag wird der sich verstecken aber alle taten halt niederschreiben jetzt kein jetzt nur schnell kein aber aber war ein gerechter man hat schaff zucht getrieben hat jeden tag gearbeitet die schafe gedrängt die schafe geschert gefüttert und alles mögliche hat er für die schafe getan er hat gearbeitet und jeden tag und gott hat ihn ihn deswegen vergeben schon weil er so hart gearbeitet hat er war gut er hat nie geraubt oder so hat nie böses getan und da hat gott zu ihnen gesprochen ich nehme dein dank opfer an und du bist ein guter mann und da hat kein der halt keine tierzucht gehabt hat weil er faul war er hat nur paar äpfel schnell dahin gepflückt als dank opfer und da hat gott zu ihnen nicht geredet und das ist satan als neid weil gott aber anerkennen hat hat kein ihn umgebracht und da hat gott gleich gesagt kein war ein gerechter mann er war mein ausgewählter er war gut ich lasse ihn auferstehen aber dein geschlecht kein der tötet als neid das soll verflucht sein wird nie im leben auferstehen keins geschlecht die als neid leben zu stören wird nicht auferstehen und abel ist sehr früh gestorben er war nur ein junge aber es auferstanden bei gott und das heißt nicht wer jetzt früh stirbt weil weil der satan der neider tut halt die heiligen leute umbringen als neid dass sie das kein war auch alt geworden das heißt nicht dass er dann heilig war sein geschlecht war verflucht aber der gestorben ist um also der hat sich praktisch wie das schaf geopfert wie jesus weil er gut war und als neid wurde er umgebracht als neid jesus der mesias war ja auch ein schäfer der hat immer von der schafe geredet ich komme um meine schafe zu hüten zusammen und zu heilen und zu verbinden und er hat nonstop für die herde sich eingesetzt und als neid haben sie ihn umgebracht das heißt aber nicht dass halt sie nicht auferstehen werden dann also keins geschlecht war vielleicht alt geworden hatten auch viele nachkommen aber sie werden nicht auferstehen dann jessiah jessiah 57 steht auch geschrieben die gerechten werden hingerafft immer die gerechten aber kein mensch nimmt zu herzen und sie tun dann nicht gott anbeten sondern falsche götter baas opfern und das ist satan seine macht und in jedem prophet prophetenbuch steht geschrieben gott teste die leute wie in daniel bis zuletzt wird gott die heiligen leute in satans macht geben sie sogar umbringen und daniel sieht dass zuletzt das ganze heilige volk umgebracht wird viele werden in gefängnisse sterben oder so umgebracht wird und wenn das ganze heilige volk zu treten ist wenn keiner mehr rein und heilig keiner mehr gott dient allen satan unterwerfen sind da wird gott gericht halten und dann wird er zurückkommen weil er sondiert seine heiligen aus im paradies und jetzt will ich das erklären es gibt gute töpfe und schlechte töpfe die guten gefäße sind gottes werk gottes hand und die geschlechten töpfe ist das unkraut was jesus in der parabel gesagt hat korn und unkraut und das unkraut vergiftet das korn aber wird zu aller letzt zum letzten tage ausgerissen also das unkraut kann man nicht eher ausreisen weil da wird das korn auch mit ausgerissen und das will er verhindern das unkraut wird zuletzt ausgerissen das heißt es die bösen werden zuletzt gerichtet und nicht eher und er tut die unreine gefäße die nicht gott dienen wollen dazu nützen das klingt zwar hart aber das ist wahr er tut die unreine gefäße die unreinen menschen die bösen dazu nützen um die gerechten zu testen wie die schlange er hat die schlange benutzt ein unreines tier um das ersten menschen war zu testen ob sie gott folgen oder satan und tut jetzt nicht schlangen senden sondern solche leute die halt dämonisiert sind und immer die die reihen leute verführen die werden sagen ja kommt mit kommt mit uns mit wir machen eine sekte mit gründen eine sekte da tun wir rauben töten opfern und alles so machen wie es halt gott hast aber ihr werdet reich werden und ihr habt ein gutes leben und das ist ein test und die heiligen leute sagen nein lieber bleibe ich arm aber ich wäre gott und seine gesetze halt nie verraten und gehen zu keine sekte wie jetzt zum beispiel ronald bernhardt die sekte der illuminanti die halt auch kinder bis heute opfern und denken so bleiben sie reich wenn sie rauben und alle gesetze da da brechen lügen menschen opfern mit zins woran häuser wegnehmen was alles gott verboten hat durch moses gesetze tun sie trotzdem machen und er ist eine zeit lang mitgegangen ronald bernhardt aber dann war er gebrochen und hat bekehrt aber das last teilt gott diese unreine sekten unreine töpfe deswegen zu das sind die schlangen mit denen testet er die heiligen ob sie das gebot halten oder nicht und wer mit denen mitgeht mit den unreinen töpfen wird vielleicht in diesen kurzen leben einen guten reichtum haben aber nach dem tod werden sie nicht auferstehen und das ist der test was daniel und alle gesagt haben und jetzt will ich bloß sagen in ägypten wird über ägypten reden und die gefangenen da wie von ganz von anfang an was erklären jetzt rede ich um diesen ägypten wo noch keine juden waren das ägypten haus nennt jeder prophet das haus der tyrann das haus der sklaverei das haus der der falschen götter also es ist ein haus das nicht zu gott gehört praktisch und josef wurde in diesem haus der tyrannei und sklaverei verkauft als sklave dieses haus ägypten hat mit menschen handel gewuchert also geld gemacht die haben echte menschen dahin verkauft und mit diesen menschen konnten sie machen was sie wollen ohne gesetz sie versklaven und alles mögliche mit denen machen josef wurde in diesen tyrannischen sklaverei haus verkauft als sklave er hatte kein wille er musste dahin gehen weil er sklave war er war in ketten angebundet dann musste der da putzen arbeiten und so weiter was halt sklaven machen müssen und jetzt ist sehr wichtig der pharao hat sich eingebildet dass er gott sei und erfahrer hat mehrere götter gehabt sozusagen götzen götzen weil das sind falsche götter hat da den götzen den bars die als stein herausgehauen waren immer geopfert und hat gedacht wenn er den göttern da den götzen opfert da bleibt sein reichtum immer reich und er kann all dieses reichtum den götzen verdenken also vor wie sagt man er hat so gedacht wenn er immer so opfer den götzen da wird er immer reich bleiben weil das ist ein geschenk der götzen sein reichtum obwohl es nicht so war ohne sklaven war der pharao ein nix weil er ist ägypten ist unter der zeit der sklaverei ein reichsten geworden die juden wo sie dann sich vermehrt haben wurden versklavt und mit den tausenden sklaven juden hat der pharao die pyramiden erbaut und alle mögliche paläste und alles mit sklaven er hat es nicht mit den götzen erbaut sondern mit sklaven mit menschen diese sklaven haben tag und nach geragt ohne menschenrechte viele haben vier vier herde auch gehabt und diese vier herde hat der pharao auch immer da das fleisch abgekauft die sklaven haben praktisch die pyramiden die ganzen paläste erbaut dann haben sie die paläste da bewirtschaftet geputzt und das ganze land dadurch mit ihrer arbeit reich gemacht der pharao hat nichts gemacht er hat die sklaven nur festgehalten und als sklaverei benutzt und das allerwichtigste ist als moses dann zuletzt nach 400 jahre sklaverei von pharao ging und hat gesagt lass gut der gott hat mich gesendet der die erde erschaffen hat und die menschen die hat die die menschen erhört die leiden die sklaven lasse frei lasse lasse gehen mit ihrer vieh zucht lasse frei gehen weil das ist genug und wenn der pharao wirklich an seine falschen götter geglaubt hätte die götzen da die hunderte falschen götzen und götter da hätte er keine angst gehabt da hätte er gesagt ja meine götter obwohl ich hunderte götter habe werden mich ja wohl schon unterstützen und irgendwie ernähren und da lasse ich die sklaven frei mit ihre tiere ich habe brauche keine angst zu haben weil ich bin pharao ich habe ja tausende götter und die werden mich schon irgendwie ernähren und unterstützen er hat sich nicht auf seine götter berufen nein hat er gesagt moses ich lass meine sklaven nicht frei und ihre tiere auch nicht frei weil da hat er da hat er erkannt wenn er die sklaven und die menschen und ihre tiere frei lässt da werden seine götzen götter ihn nicht ernähren und nicht helfen er hat sich auf seine über 100 götter nicht berufen die werden schon ihn unterstützen innerlich hat er gewusst dass seine götter nichts sind sie sind nichts sie können auch nichts machen sie können auch nicht helfen wieder arbeiten weder jemand retten er hat sich nicht auf seine falschen götter berufen hat bemerkt wenn er die sklaven menschen frei lässt mit ihre tiere da müssen sie hungern weil er nicht der pharao und seine armee hat gearbeitet sondern umgekehrt und alles haben sie alles essen von den sklaven bekommen alles reichtum und essen auch und nicht von den falschen göttern aber moses moses sein gott hat gesagt mein gott ist so mächtig auch wenn du uns frei lässt in der wüste er wird uns retten wir haben keine armee wie wir haben keine sklaven mir wir sind ja selbst sklaven lass uns in die wüste frei unser gott ist so mächtig dass er alle königreiche stürzen kann und auch in der wüste 40 jahre ernähren kann er hat auf auf gott auf den ein einzigen gott vertrauen gehabt auf den ein einzigen gott hat moses vertrauen gehabt aber der pharao hat mit seiner ganzen armee und über hunderte götzen hat er kein vertrauen gehabt und hat gesagt nee mein leben hängt aber von den sklaven ab weil die ernähren mich die arbeiten für mich und hat sie nicht frei gelassen also hat schon gott da bewiesen dass ihre götter nichts wert sind egal wie fiese sind und die heiden denken also die blödsinn dass halt der pharao sein reichtum durch den götzen erbaut hat weil er da so götzen erbaut hat steine und so und hat auch geopfert aber das ganze reichtum haben nicht die götzen ihnen gegeben sondern die sklaven mit ihre hände die haben geschuftet dafür die haben jeden tag geragt das land bewirtschaftet die gebäude hochgezogen steuern gezahlt und so weiter und so weiter und wer das halt nicht erkennt dass nicht die götter und die falschen götzen des königreichs ernähren sondern die leute der ist halt blind und bleibt auch blind und der pharao wollte deswegen auch die sklaven nicht rauslassen war innerlich hat er gewusst dass seine götzen nur götzen sind und sie werden ihn nicht retten und das ist halt sehr wichtig und wo dann moses auf seinen einzigen gott vertraut hat obwohl wohl moses nicht keine einzigen götzen und bars hatte er hat gott nicht geopfert hat moses gott opfer dargebracht irgendwo nein er hat nicht geopfert er hat nur auf gott vertraut und obwohl nicht geopfert er hat keine kinder geopfert er hat keine stiere geopfert moses oder oder irgendwas er hat gott nur gebetet gebetet und trotzdem hat gott ihn gerettet und sein ganzes sklavenland also befreit und das ist wichtig mit beten und dann in der wüste hat gott trotzdem sie er hat man da gesendet man da ist eine reale pflanze die wächst früh das ist wie zuckerwatte kommt aus ein strauch raus früh von vier uhr bis um fünf wird sie da auf den boden fallen da kann man sie sammeln werner keller hat über dem man da geschrieben hat auch mehrere fotos in seine bücher aber nur in der erstauflage ist das man da drin dann hat er hühner gesendet kleine wüsten hühner als fleisch er hat sie direkt in die falle in den netz dahin gesendet dass jeder fleisch immer hat gott konnte einen ganzen sklaven volk ernähren in der wüste ohne häuser ohne 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 nie 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 wasser und das ist gott ist mächtig und was ich nur sagen wollte halt wer auf götzen sich dann beruft der ist blind der selbst blind aber sogar der faro hat bemerkt dass seine götzen die nicht helfen und nicht retten konnten weder hatten sie macht gegen die plage was zu unternehmen und weder hat der faro gesagt ja ihr könnt ruhig gehen ich brauche euch nicht als sklaven weil ich habe ja hunderte götter und all die hunderte götter werden werden mein königreich schon retten er hat sich nie auf sich seine falschen götter berufen nie weil seine falschen götter ihn nichts geben können sie können ihn nichts geben er ist ein satan der nur durch raub und sklaverei reich wurde und nicht durch seine falschen götter übrigens und jetzt will ich nur was sagen aber wenn gott den faro und dieses königreich unterstützt hätte hätte er keine plagen hingesendet und da hätte er nicht bei jeden propheten gesagt und sogar bei moses sei nie wie der faro bau nie ein haus als sklaverei auf weil gott hast sklaverei jeder mensch soll frei sein und jeder mensch soll das gesetz tragen jeder mensch und wer ein haus der sklaverei aufbaut der ist von satan und die werden diese leute nicht auferstehen also wie als sklavenheld wie amerika mit sklaven da alles aufbaut und die new world order system ist ja auch ein sklaverei system wo der mensch gar keine meinung mehr haben darf jetzt ist schon soweit jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen gar keine meinung mehr äußern da wird man gleich festgenommen und ja dann jetzt will ich das sagen noch sehr wichtig an alle rabbiner rebbe oder priester oder päpste an papst selbst was ich zwar schon geschrieben habe aber die verstehen es immer noch nie der messias war schon da und das ist dann eine falsche lehre von allen die warten manche warten immer noch auf den messias manche spielen selbst der weile den messias aber verstehen die schrift nicht und erkennt die zeit nicht sie erkennen die zeit nicht weder was passiert ist weder wo mir jetzt gerade sind in der schrift und weder was noch passieren muss sie erkennen gar nichts und das ist dann auch kein kein weisheit wenn sie wenn sie die schrift nicht kennen nur zitieren aber dann was sie zitieren nicht mehr auffassen können in jesaja jesaja war übrigens isaiah ein rabbiner ein priest ein rabbiner also kein kein geul und kein einziger schaf hörte der konnte lesen und schreiben er war ein rabbiner im tempel und er wurde deswegen ausgewählt weil gott hat gedacht ja die kleinen propheten bringen sie immer um und vielleicht werden sie ein rabbiner nicht umbringen der die schrift kennt weil für ein rabbiner müssen sie vielleicht doch respekt haben aber die haben jesaja auch mit der säge durchsägt also der satan hat nie respekt für den leuten die halt gott auserwählt hat wie kein der satan ist kein und der wird immer abel umbringen der zu gott gehört und die haben jesaja auch umgebracht aber was jesaja gesagt hat war wirklich von gott jesaja hat geschrieben wie der messias aussehen wird was er machen werden wird und wie er sterben wird er hat alles niederprophetiert jesaja hat alles geschrieben in 53 was hat er gesagt jesaja er wird kein reicher mann sein kann kein anerkennter mann sein die werden ihn nicht glauben er wird missachtet sein sogar weil er so arm eine arme gestalt hat also er wird weder könig sein er wird weder ein bekannter rabbiner oder ein reicher mann sein seine gestalt ist arm und deswegen weil er arm ist tun die leute den nicht anerkennen er hat es gesagt er wird aber von überall predigen ihre sünden vor augen halten und das hat er immer gemacht der messias er hat immer gegen ihre sünden gepredigt und er wird tote und kranke leute heilen und er wecken die blinden heilen und er wird von tag zu tag nur leute heilen obwohl er leute heilt werden sie ihn trotzdem umbringen aber er wird seinen mund nicht aufmachen er wird sich opfern für für ihre sünden so und er wird durchbohrt sein mit einem sperrt an kreuz das hat alles jesaja gesehen auch die anderen propheten haben es erwähnt aber jesaja hat exakt gesagt wie er aussehen wird wenn der messias kommt er wird eine arme gestalt haben er wird keine reiche person sein weder könig keiner wird ihn deswegen glauben weil er halt arm ist aber er wird blinde und lahme leute heilen können er wird macht haben die zu heilen und ihre sünden wird er immer vor also predigen und ja welcher rabbiner oder papst ist halt ein armer mensch der gar nichts hat und geht predigt halt sünden der leute weil er ist zu jeden stadt zur anderen stadt zu ort zu ort gegangen und hat die sünden gepredigt er hat nur gepredigt und geheilt die armen leute und umsonst ohne geld mit gottes macht welcher rabbiner kann mir das vorzeigen oder papst oder rebbe dass er mit einer armen gestalt immer zu ort zu ort wandert und leute lahme leute heilt und blinde leute heilt und sünden predigt keiner und welche rabbiner würde diese diese ertragen sich selbst zu opfern weil er hat der messias wusste er ist mit 33 jahren er war sehr jung er hat das gesagt judas tu was du tun musst und er hat gesagt er wird gekreuzigt weil das gottes wille ist er wird durchbohrt aber er wird auferstehen welcher rabbiner würde dann sich kreuzigen lassen an lebendigen leibe sich opfern mit 30 jahren und das steht geschrieben auch bei jedem propheten dass er jung sterben muss und gekreuzigt und durchbohrt werden muss in jungen jahren schätzt ihr den baum nicht wie geht ihr dann um mit den alten baum wenn ihr den jungen baum schon ausreißt der von gott kommt steht geschrieben aber dann den messias noch nachzuahmen den wahren messias nicht anerkennen und dann den zu nachzuahmen obwohl halt diese nachahmung ist von satan ein kabarett was ein witz ist also der messias war jesus alles war so passiert wie geschrieben ist auch mit den eseln er kommt mit den eseln in jerusalem und so weiter alles was da passiert es war bei den anderen juden propheten vor tausende jahre profitiert also der wahre messias war da jetzt ist eine zeit wo sie kein kabarett mehr spielen sollten sondern es ist eine zeit von esik er torah wo die kriege in damasko syria jetzt beendet werden und sie müssen den dritten tempel erbauen und das land reinigen jetzt ist diese zeit sie sollen gott zurück warten weil jetzt kommt nicht nur der messias zurück weil er war schon auf erden er war schon und wer an ihn geglaubt hätte und seine lehre angenommen hätte der wird dann auferstehen jetzt will gott mit all den heiligen zurückkommt der messias wird zwar auch darunter sein aber nicht nur der messias sondern all die propheten jetzt ist diese zeit wo sie das land reinigen sollen und den tempel erbauen sollen für gott und sein thron und all die heiligen propheten ja jeder könig gibt halt sein königtum den sohn also der messias wird da regieren aber sie sollen jetzt gott zurück erwarten mit all den propheten erste linie und sein tempel erbauen ohne das kommt kommt nur plagen und wenn sie halt die plagen erwarten wollen da ist es eine schande war wenn sie alle götzen paläste erbauen können mit pyramiden und ägyptischen blödsinn da tun sie nicht gott dienen und er wird all diese götzen paläste zunichte machen all und ja das wollte ich halt sagen jonathan gott gott hat alles erschaffen die die unreine leute zu testen die rein leute wie die schlange die halt adam und eva getestet hat ob sie gott gottes gesetz einhalten können oder nicht und die unreine leute die sind selbst von satan geführt die werden immer die leute testen und sagen kommt macht nicht was gott sagt ich zeige euch was anders ich gebe euch macht reichtum und aber wie gibt diese schlange reichtum so dass sie gottes gesetze brechen müssen das müsst ihr auch mal überlegen mit zinswurren ist verboten und eigentum wegnehmen ist auch verboten nach moses gesetz und alles mit menschenhandel ist auch verboten nach moses und mohammed alles alles was was jetzt auf erden euch reichtum gibt ist verboten nach gottes gesetz und wenn man nur dadurch reich werden kann da ist es gegen gott und ja das ist nur ganz kurz wollte ich sagen das hilft dann auch nie zu hause ein mit zwar oder kohlen nitschre oder eine kerze anzuzünden ja ich wuchere mit zins wie die bankers ich nehme dann häuser weg ich mache familien kaputt dadurch ich mache ich breche das gesetz und da denken sie wenn sie ein gebet dann zu hause sagen da wird gott ihnen verzeihen an letzten tage nee also so einfach ist ist das nicht da können sie noch tausende kleine gesetze einführen um ihre sünden dazu denken sie da werden sie rein die sollen das gesetz halten und nicht andere tausende kleine gesetze einführen wenn sie das große gesetz brechen da gibt es nie tausende kleine gesetze die dann das vergeben könnten das haben die dann selbst erdacht und wo wo sie mich damals wegen gottes gesetze in wald geschmissen haben bin ich selbst das will ich jetzt zu allerletzt sagen zum vatikan gegangen weil moses hat befohlen wenn man moses liest und dann essikel 44 dass die priester sollten immer das gesetz tragen die leviten und mit dem gesetz helfen und richten egal was für eine sache vor dem priester kommt wenn jemand in not ist die tragen das gesetz sie müssen das gesetz mit gerechtigkeit und gesetz durchführen die müssen helfen egal was für eine sache das ist sonst können sie keine priester sein im tempel so bin ich jetzt zu die katholische kirche in umgang gegangen habe gesagt die haben mir alle menschenrechte dokumente geld weggenommen wegen gott und wegen sein gesetz weil ich nur darüber geschrieben habe bitte ihr seid priester helft mir ihr tragt das gesetz was hat menhard schandor von jane schaumer der priester gesagt er hat gesagt die brauchen keine gesetze einhalten sie tun nur den staaten arschlecken wegen reichtum und sie werden nicht die gesetze gottes einhalten und da habe ich gesagt da können die aber keine priester sein weil die priester müssen gottes gesetz einhalten und danach helfen und da hat er gesagt nein die ehren aber nicht gott die tun papst ehren und den staat ehren wegen reichtum also sind sie huren sie haben gott verlassen seine gesetze verlassen und sind wie jasabal dass er mörder dient und gottes gesetz lästern sogar sie dürften nach dem gesetz gar keine priester sein diese priester die nicht gesetzmäßig urteilen und helfen und sogar sagen als priester dass sie moses hassen das haben die gesagt zu mir in jano schaumer die hassen moses gesetze die hassen gottes gesetze wie wollen die vor gott treten als priester dass sie gott und seine gesetze und seine heiligen gelästert haben und dann diese leute die diese falschen rabbiner oder päpste nur folgen die tun mir sehr sehr leid sehr sehr leid also äh und in vor gott gibt es kein gericht die längbar das längbare huren bestehen wo er dann vortretet und dann die mit kabbala oder satanistische macht lenken könnt in gottes gericht sitzen propheten und die die kann man nicht lenken hier auf erden habt ihr ein system aufgebaut äh dass ihr mit huren längbaren huren alle heilige leute umbringt und gegen gott lästert und das wird gott nicht verzeihen und in dem buch der weisheit was der vatikan selbst rausgenommen hat da steht es auch geschrieben dass der satan die heilige leute immer foltert umbringt aber an letzten tage werden sie auferstehen und diese heilige leute die an gott und seine gesetze festgeklammert haben die werden richten über ihre verfolger sie werden die macht bekommen sie zu richten an letzten tage und ich werde auch macht bekommen über all diese leute die mich gefoltert haben wegen gott und nicht einmal geholfen haben nicht einmal mit dem gesetz und ich werde auch keinen einzigen mensch reinlassen die halt mich nur missachtet haben wegen gott und nicht geholfen haben solche leute braucht nicht gott und ja so ist das das gesetz und da tun sie umsonst die bibel kürzen und löschen im buch der weisheit was nach jesus sirak buch war alles zwei wurde gelöscht da steht es exakt geschrieben im buch der weisheit 1.2 dass die bösen leute die nicht an gott glauben der satan lenkt und der satan wird mit diesen bösen leute all die heiligen umbringen die werden gefoltert und da werden sie früh sterben aber die werden sofort in gottes himmel gehen weil sie für das gesetz sich geopfert haben und dann an letzten tage werden sie strahlend über ihre feinde das gericht halten und sie auch in der hölle zu tode foltern aber da gibt es kein heraus mehr die werden das immer ewig ertragen was was sie nur paar jahre ertragen haben wegen gott unter der strafe das müssen dann ihre verfolger immer und ewig ertragen da gibt es kein sozusagen erlösung mehr die erlösung war nur in gott in diese strafe was was gott gesagt hat du wirst jetzt eine strafe bekommen du wirst ein kurzes leben bekommen aber wenn du innerhalb dieser strafe bis du sterbst die strafe durchmachst dass du nur an mich festhältst und den satan nicht folgst da wirst du auferstehen aber wenn du diese strafe nicht machen kannst und trotzdem den satan folgst wirst du nicht mit mir leben können und in die hölle gehen das hat gott an anfang an schon gesagt ja das wollte ich sagen dankeschön